Hallo zusammen, mit diesem Video startet ein neues Format auf meinem Kanal. Zusätzlich zu den Mythen-Samstagen werden euch unregelmäßig zwischendurch Easter Egg-Videos zu den verschiedensten Spielen erwarten. Die heutige Folge dreht sich um GTA 5. Relativ am Anfang der Story erwähnt Lester einen Kriminellen aus Liberty City, der sich zur Ruhe gesetzt hat. Gemeint ist natürlich der gute Nico aus GTA 4. Man sieht sogar kurz das Live-In-Wieder-Profil von Nico Bellig. Wer wollte schon immer mal einen bekifften Jesus treffen und mit ihm über Gott und die Welt plaudern, der muss nur an diese Stelle fahren. Dort trefft er einen Typen, der Jesus sehr ähnlich sieht, auf jeden Fall unterhaltsam, was euch zu erzählen hat. Ein Entwickler hat sich ihren Spaß erlaubt und sich am Mount Gilead verewigt. An einer fast unerreichbaren Stelle des Berges sieht man sein Gesicht auf den Fels gemalt. Nehmt am besten Trevor, um mit seinen Flugkünsten die Stelle zu erreichen. Wenn man Lust auf eine Partie Dart hat, sollte man das Yellow Check-In um sie die Chance aufsuchen. Dort hängen an der Wand Geldscheine. Kommt euch die Dame bekannt vor? Genau, das ist die Blonde vom GTA San Andreas Cover. Auch für GTA Vice City gibt es so eine Anspielung. Schaut euch mal dieses Plakat in der Stadt an. Diesmal ist die Frau von GTA Vice City Cover zu finden. Ich hoffe, die meisten von euch kennen die tolle Serie Lost. Wer nicht, sofort nachholen. Auf der geheimnisvollen Insel der Serie gibt es eine Luke im Boden, aus der Licht scheint. Genau diese Luke findet ihr versteckt im Meer. Was John Locke wollte dazu sagen würde. Für die Zocken unter uns gibt es noch eine Call of Duty Anspielung. Wenn man in der frühen Vision als Franklin das Auto von Mike geklauen muss und das Haus betritt, sieht man seinen Sohn Jimmy einen Spielzocken, das sehr an Call of Duty erinnert. Fällt euch bei der Form der GTA 5 Map irgendwas auf? Nein, mir eigentlich auch nicht. Allerdings soll die Form der Karte eine Anspielung auf Homer Simpson sein. Sogar echte Hollywood-Legenden lassen sich im Spiel finden. Schaut euch mal dieses Bild an. Was machen denn John Wayne, Elvis Presley, Marion Monroe und Charlie Chaplin hier? Übrigens an dem Ort der Karte zu finden. Hier auf der Karte findet ihr eine Fabrik. Beseitigt bei ein paar Schachteln erscheint ein lustiger Schneemann. Ich hoffe, Trevor hat sich gefreut, das zu entdecken. Ich hoffe, das neue Format gefällt euch. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Wenn ihr Lust auf noch mehr Mythen und Easter Eggs rund um GTA 5 habt, findet ihr im Outro und in der Infobox meine GTA 5 Mythen Videos und auch mein GTA 4 und GTA San Andreas Video. Falls ihr von den GTA 5 Easter Eggs noch einen zweiten Teil haben wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Bin schon gespannt, welche Easter Eggs sich im nächsten Spiel verstecken. Seid auch gespannt und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.